Die neue Woche startet wechselhaft. Spätestens bis 18 Uhr sollten Sie dann langsam den Heimweg antreten, denn dann fängt es nicht nur an zu regnen, in der Nacht besteht auch erneut Sturmgefahr. Die neue Woche startet wechselhaft. Zunächst gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, zum Abend hin dominieren dann die Wolken und bringen ab ca. 18 Uhr auch Regen. In der Nacht besteht zudem Sturmgefahr und es muss mit starken Böen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen am Tag bei maximal 9, in der Nacht zwischen 2 und 5 Grad. Am Dienstag und am Mittwoch wechseln sich weiterhin Sonne und Wolken ab. Dabei erreichen die Höchstwerte am Dienstag 6 und am Mittwoch 7 Grad. Am Donnerstag wird es dann so richtig ungemütlich und es gibt einige Regen- und Schneeschauer. Bei Werten zwischen 1 und 6 Grad ist es nasskalt.